Wo sind all die Virologen hin? Wann verlor die Maske, die ihren Sinn? Dieser alte Bild aus der letzten Zeit zeigt alle Idioten vom Stamm der Leichtgläubigkeit. Sie sind unmaskiert und nur wild am Schrein. Bitte hau doch einer den Schwachmaten eine rein. Unser Test-Ergebnis war mal heilig, nur ein Alu-Betrog. Und das waren gute Jahre, bis der Erste uns belog. Wo sind all die Virologen hin? Wann verlor die Maske, die ihren Sinn? So wie Christian Brosten für das Gute steht. Als letzter Virologe unter A.G. nach dem rechten Seen. Ja Schlagerfreunde, das war's schon wieder vom letzten Flipper. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war eine Homage an eine der besten Bands, die wir in Deutschland haben, an Pur. Und wenn's euch gefallen hat, jetzt kommen YouTuber-Sprüche in 3, 2, 1, dann lasst mir doch ein Like da oder kommentiert, welche Songs ihr euch noch weiterhin von mir wünscht. Als letztes freue ich mich über ein Abonnement und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, wenn es wieder heißt, Schlager im Herzen, ein Lied auf der Zunge. Euer letzter Flipper. Ja, macht's gut. Ja, jetzt ist das Video aus. Jetzt könnt ihr hier unten noch gucken wegen Kanal und so. Und irgendwo schwirren alte Videos rum. Wir haben schon einiges geschafft. Ich freue mich auf weiteren Zulauf auf meiner Seite. Ja, ihr seid noch. Und jetzt. Abschalten. Abschalten.